Schon aus Prinzip kann ich mit diesen Leuten nicht verhandeln. Nun, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Wir werden die Bevölkerung beschützen. Macht keine Fehler, meine Freunde. Die Menschen werden als erste Blut vergießen. Wenn der Wind schweigt und die Nacht gekommen ist, bleibt nur noch eine Frage offen. Auf wessen Seite werdet ihr stehen? Ein großer Pharmakonzern hat eine Formel entwickelt, durch die das X-Gen dauerhaft unterdrückt werden kann. Sie nennen es die Heilung. Es gibt nichts zu heilen. Wir sind völlig in Ordnung. Du weißt doch am besten, wie schnell sich das Wetter ändern kann. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Die Quelle des Heilmittels ist ein Mutant. Viel mächtiger als du. Logan! Gene. Irgendwas hat sie geweckt, aber man muss auf sie aufpassen. Wenn man ein wildes Tier einsperrt, ich kann das nicht, wird es gefährlich. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Ein Inferno, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Magneto hat eine Armee hinter sich. Wenn ihr in den Krieg zieht, kommt ihr vielleicht nicht mehr zurück. Sie kommt vielleicht nicht mehr zurück. Ist euch das klar? Wir sind keine Kinder mehr. Hey, ich bin nicht dein Vater. Wenn du vorhast zu gehen, überleg dir, ob du das wirklich willst. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr auf unserer Seite seid, dann kämpft mit uns. Sie wollen uns heilen. Aber ich sage, wir sind die Heilung. Sieh mich an, Chi. Wir können dir helfen. Wir bringen das in Ordnung. Wir können es so machen, wie es war. Bleib bei mir. Oh Gott. Töte mich. Töte mich.